Hallo, live hat den kleineren Jahr gestern schon eine Gleichgewichtsübung gezeigt. Ich erweitere die Übung jetzt ein wenig und wie die dann genau aussieht, das seht ihr jetzt. So, ich denke die Ausgangsposition sollte klar sein. Ihr steht auf einem Bein, das andere Bein wird nach hinten gestreckt und der Oberkörper bewegt sich nach vorne, sodass er waagerecht über dem Standbein steht. Ihr wisst jetzt wie es geht. Eure Challenge des Tages ist es, das Ganze auf jedem Bein jeweils 15 Sekunden lang zu halten. Viel Spaß beim Nachmachen.